Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als 16-Jährige verbrachte ich einige Zeit in meiner zweiten Heimat Irland. Eines Nachts konnte ich belauschen, wie Pater Dunstan von seltsamen Erscheinungen auf einer der benachbarten Inseln berichtete. Eisen! Ich kenne keinen Dämonen, den die Berührung von Eisen nicht verbringt. Dämonen können kein fließendes Wasser überqueren. Dieser Ort zog mich geradezu magisch an und ich stürzte mich in mein allererstes Abenteuer. Mein erster professioneller Auftrag führte mich nach Rom, wo ich den sagenumwobenen Merkurstein in Empfang nehmen sollte. Ah, der charmante Mr. Larsen. Ich mache meine Geschäfte nicht mit Handlangern. Auch nicht, wenn der Handlanger den Merkurstein hat. Ich bin heute besonders großzügig. Ah, die Kellerassel kommt rausgekrabbelt. Keine Grund unhöflich zu sein, Miss Croft. Ich fürchte nur, ich muss ihnen wieder mal ihre Last abnehmen. Wie gewonnen, so zerrungen. Improvisieren konnte ich schon immer gut. Ich bin heute hier. Ahaha! Da passen wir nicht durch, Boss. Ja doch, tun wir nicht. Im April 1945 transportierte ein deutsches U-Boot eine gefährliche Fracht. Die Lanze des Schicksals, die ein Römer vor fast 2000 Jahren dem ans Kreuz genagelten Christus in die Seite stieß. Niemand weiß, was genau an Bord des U-Boot geschah, bevor es plötzlich vom Radar der Küstenwache verschwand. Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Oh mein Gott! Ich geh mal damit rausgehen! Jahrzehnte später schickten die Russen eins ihrer U-Boote, um sich auf die Suche nach der Lanze des Schicksals zu machen. Sie hätten es besser nicht getan. Auf der Suche nach einem anderen Geheimnis umwitterten Artefakt, der Iris, musste ich mich in luftige Höhen begeben und zunächst die Hightech-Alarmsysteme umgehen, um an mein Ziel zu gelangen. Hight, aus deinem Schweigen schließe ich mal, dass du in Position bist. Zeit, das Dach zu wechseln. Das Dach wechseln? Das sagt sich leicht von dem Erdgeschoss aus, oder? Los, Mädel, Abflug! Schon weg! Was zum Henker ist passiert? Egal, ich geh rein! Egal, ich geh rein! Mein letztes großes Abenteuer führte mich schließlich in die Wüste Ägyptens. Meine Neugier wurde mir zum Verhängnis. Unwissentlich befreite ich den grausamen ägyptischen Rache-Gott Seed aus seinem ungehalten Grab. Seed war vor Jahrtausenden dazu verdammt worden, über seinen Tod hinaus bis in alle Ewigkeit unsagbare Qualen zu erleiden. Durch mein ungedachtes Handeln konnte er seinem höllischen Gefängnis entkommen. Das war der Tag, auf den er all die Jahre des Leidens gewartet hatte. Und so nahm das Schicksal seinen unheilvollen Lauf. Ein atemberaubendes Rennen gegen die Zeit begann, um das Drohnen der Armageddon aufzuhalten. So wagte ich mich in die Höhle des Löwen. Und trat dort meinem scheinbar übermächtigen Gegner von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Tagebuchaufzeichnungen, letzter Eintrag. Hatte ich diesmal mein Schicksal zu sehr herausgefordert? Herr von Croy! Herr von Croy! Herr von Croy! Schnell! Hier drüben! Was ist los, Mann? Was haben Sie gefunden? Zeigen Sie her! Na los, zeigen Sie schon! Wir haben sie gefunden! Wir haben sie gefunden! Beidee! Hähne! Dies! Vin- 2 5 2 1 1 1 1